Nimm dir Zeit, verbinde dich mit Mond und Venus, den zwei unterschiedlichen Kräften der Weiblichkeit. Stelle dir nun den Mondzyklus vor und den Zyklus der Frau, welche die Venus verkörpert. Das verspielt Mädchen in zunehmendem Mond, welches neue Ideen und kreative Impulse aus der Liebe ihres kindlichen Herzens hervorbringt. Die Jungfrau, Rebellin und Kriegerin in zunehmendem Halbmond, die für sich selbst einsteht, sich ausprobiert und sich in all ihre Facetten erfährt. Die Jungfrau